Im Mai kamen die Zwillinge von Sarafina und Peter Wollny zur Welt. Casey und Emery. Die beiden hatten keinen leichten Start ins Leben. Sie wurden als Frühchen geboren und mussten deshalb mehrere Wochen im Krankenhaus verbringen. Jetzt, da die Zwillinge schon seit einer Weile zu Hause sind und sich die Familie eingelebt hat, könnten schon die Planungen für das nächste größere Event beginnen. Schließlich sollen Casey und Emery getauft werden. In einer Fragerunde auf Instagram verrät Sarafina, was sie sich bisher zur Taufe überlegt haben. Geplant ist November, müssen aber noch einen Termin machen. Es ist also noch ein Weilchen hin, bis die Zwillinge ihre erste große Feier erleben werden. Vielleicht aber auch gut so, schließlich hatte die vierköpfige Familie fürs Erste genug Aufregung. Sicherlich wird uns Sarafina aber auch bei der Planung der Taufe auf Instagram mitnehmen, wenn es dann soweit ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020